Das ist ein Tiger. Der Tiger heißt Thomas. Er ist noch klein, aber er hat eine große Familie und viele Freunde. Thomas hat bald Geburtstag. Er wird 10 Jahre alt. Er ist sehr froh. Er will alle Freunde einladen, den Tisch decken und eine Party machen. Die Mutter von Thomas Ygritte möchte helfen. Die Party ist eine wunderbare Idee. Sie müssen jetzt in den Supermarkt gehen und einkaufen. Thomas geht auch. Sie sind im Supermarkt. So viele Lebensmittel. Thomas will alles kaufen, aber seine Mutter hat eine Liste der Lebensmittel. In der Liste steht 1. Das Brot Man kann leckere Wurstbrote und Käsebrote machen. Sie nehmen Brot. Das Brot 2. Das Gemüse Sie kaufen Tomaten und Kartoffeln. Tomaten sind so frisch und rot. Wunderbar! 3. Das Gemüse Das Gemüse Die Tomaten Die Kartoffeln 3. Das Obst Thomas und seine Mutter kaufen Äpfel, Bananen und Orangen. Thomas isst Obst gern und seine Freundin Mauspia mag Äpfel. 4. Das Obst Der Apfel Die Orange Die Banane 4. Natürlich müssen Sie Wurst und Käse kaufen. Alle essen Brot mit Wurst und Käse gern. 5. Die Wurst Der Käse 5. Mama kauft auch Eis Thomas und seine Freunde essen Eis gern. Und es ist Sommer. Es ist heiß. Eis ist sehr lecker im Sommer. 5. Das Eis Die Mutter kauft auch Geschenke für Thomas. 6. Bunte Filzstifte, viele Hefte und ein Tierbuch. Er hat doch Geburtstag. 7. Thomas liest sehr gern. Er mag das Buch. Hier kann er über viele Tiere lesen. Die Filzstifte 7. Das Heft 8. Das Tierbuch Thomas und seine Mutter fahren nach Hause. Sie haben alles für die Party. doll �뽑 20. 20. 20. 20. 23. 21. 21. 21. 22.